Und da sind wir schon wieder zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir müssen in die Khorchari-Weltnis und das werden wir natürlich auch direkt kommen. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Richtig. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Na Mensch. Das ist ja ein Ding, du. Ist mir aber völlig wurscht. Lass mich raus. So, und da bin ich doch in der Khorchari-Weltnis. Na, ist doch allerliebst hier. Moment. Halt. Wieso? Ach, arm Arsch. Na super. Jetzt habe ich gar keinen Stab mehr. Na, Hammer. Nice. Na gut, dann kann ich halt nicht so viel helfen. Macht ja nichts. Mach mal was, hallo. Wow. Das ist ja gut. Warum habe ich denn kein Zaub gestart mehr? Wer von euch hat mir den geklaut? Hier einen kleinen Schweinebocken. Endlich ein paar wilde Tiere. Und ich dachte schon, alles würde Jagd auf uns machen. Endlich ein paar wilde Tiere. Juhu. Endlich was zu essen? So, jetzt fackert man nur rum. Ich kann auch ein Pistall. Boah. Mach hin. Na, geht doch. Verstanden. So, ein paar Wolfsteaks. Ach, der hat auch noch was. Okay. Ach, guck mal, der hat sogar so einen Heilungstrank. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Oder liegt einer. Das sollte kein Problem sein. Ein Brief. Okay, dann müssen wir noch eine neue Quest. Sehr toll. Ich frage mich trotzdem, warum habe ich jetzt keine... Hier rüber! Wo? Was? Da. Ich brauche einen Zauberstab. Hallo. Red doch mal mit dem. Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager. Ja, komm, wir versuchen mal, seine Wunden zu verbinden. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Und jetzt spaziert er einfach davon. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Nicht immer rum, ey. Ein Dutzend? 100? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling. Aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Ist doch schon mal ein Vorfall. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Gut. Ich will trotzdem wissen, wo mein Zauberstatt ist. Habe ich ihn verkauft? Ich weiß ja auch nicht. Alles ein bisschen merkwürdig hier. Er wurde mir einfach gemopst, wurde er mir. So. Was will ich gucken? Ich will auf jeden Fall die ganze Map hier aufdenken. Komm ich hier lang? Ach, da hinten. Dunkle Brut. Sterbt. Verstanden. Und mehr kann ich gerade auch nicht machen, weil, wie gesagt, ich habe ja keinen Zauberstatt. Und ich weiß ja nicht, wo mein Zauberstatt ist. Ach, das ist doch scheiße. Ja, gut. Jetzt muss ich eh ein bisschen warten. Ich kann es nicht. Bist du ein Zauberstatt dabei? Nein, aber du hast direkt eine Flasche mit deinem Blut dabei. Das ist ziemlich nett von dir, mein Freund. Das finde ich sehr, sehr gut, dass du das dabei hast. Das erleichtert mir sehr viel. Du hast nichts. Aber du bist doof. Wird erledigt. Du hast auch mal so eine Flasche dabei. Und du? Du hast Geld dabei, immerhin Geld. Geld ist ja auch schon mal was. Sollte kein Problem sein. Das hier mit... Okay, hier komme ich... Mann, steh mir doch nicht im Weg, du Arsch. Hm. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, dass ich da rüberkomme und da oben rauf. Seht nur, arme Kerle. Das geht wirklich zu weit. Ja, ja, mein Gott. Wie ist der? Ja, gut. Es ist nur mal so. Und alles. Darf man auch nicht so eng sehen, die ganze Zeit. What? Von wo? Ich seh doch noch nicht mein Gegner. Ich hab da hinten am Arsch der Welt. Ich muss extra wieder zurücklaufen, damit ich gegen die Kämpfe kann. Ohne Waffe. Hier? Zeig' euch. Ihr Schufte. Ah, jetzt ist aber das Witzige, die Kämpfe hier überhaupt nicht mehr. Da sind sie. So, hier. Nee. Ich wollte einfach mal an den Anschieber. Zack. Zack. Wo möchtest du denn? Das ist eine gute Motherfuckers. Also ich wollte eigentlich schon unbedingt gestart, das ist nicht ganz unnichtig. Scheiße. So, trotzdem, dann nehme ich mir mal den ganzen Scheiß hier. So. So. Ja, die sollen sich da mal mit den Wölfen bekriegen, das ist mir... Kommt mir nur zugute. Gut, fangen wir an. Ja, den Bergkristall... Das sollte kein Problem sein. So einen komischen Helm, ja. Ich benutze die ja eh nicht, von daher scheiß drauf. So. Ja, 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 ja. Nehme ich mit. Er ist doch ein Schuft, oder? Wird erledigt. Ach, du bist scheiße. Wo kommst du denn her? Ja, wo kommst du denn her? Du bist tot. Brutzel, brutzel. Kleiner Schubs. Keine Panik, Jungs. Ich bin bei euch. Wirst du nicht mehr hören? So, ist natürlich cool. Wir haben die Wölfe schon mal getötet. Gut, das heißt, ich hab... Oh, keine Probleme mehr. So, die Fläschchen hab ich schon mal. Hört erledigt. So, ich hab sogar vier Fläschchen. Vielleicht schmeckt das ja gut, was wir da oder... Ne, und dann... Na, hab ich die Fläschchen am Start. So, Rugby's Letzter Wille und Testament. Nehmen wir einfach. Noch eine neue Quest. Das Testament. Super Geschichte. Das sollte kein Problem sein. Aber warum kann ich denn die ganzen Sachen? Ach, du bist doch scheiße. Nischt kannst du echt. Nischt. So, aber egal. Ich geh jetzt hier direkt weiter. Und irgendwie so während des Spiels, da fällt einem schon auf, dass irgendwie... Ähm... Bioware, das mit den ersten Spielen... Das war immer sehr schön macht. Oh! Ach da. Also, es ist auch wieder ein echt cooles Spiel. Wo ich das ja... Wo ich das erste Mal gespielt habe, dass ich mir gar nicht leiden konnte. Weil ich bin doof. Also, so, das fand ich vorher zwar auch cool, aber ich fand es ein bisschen komisch, dass man dann nirgendwo wirklich... Ja, selber hinläft. Du hast halt nicht so die... Open World, würde ich jetzt mal sagen. Du wirst halt überall hin teleportiert. Ja, manchmal kämpfen. Aber es ist jetzt nicht wirklich... Ähm... Frei. Ja, also man muss nicht... Irgendwann mal nach Denerim laufen oder so. Das fand ich am Anfang ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Mittlerweile allerdings, muss ich sagen, finde ich es eigentlich als Konzept richtig cool. Weil, wie fällte ich mir selber laufen. Finde ich eigentlich in der Weile echt cool. Weil, ist einfach wirklich sehr viel Zeit erspart. Ja, man weiß, okay, auch mal wenn da und dahin so fertig ist. Ach, hör doch auf, Mann. Ja. Ist ja auch noch einer. Ist ja auch noch einer. Ist ja auch noch einer. Oh, komm, ich hab die Linie. Ist ja tot. Da ist ja auch noch so ein... Alter, hier sind ja überall so eine Kappfecher. Alter, jetzt ist es ein bisschen spät. Okay, mal gucken, ich glaube, da werden wir sterben. Ich werde mir auf jeden Fall gleich so ein Lirium-Trank mir reinpfeifen. Ich bin der Einzige, der noch lebt. So, jetzt fangen wir an. So, ihr kleinen Bobbis, ich hab das mal hier geklärt, die ganze Chance. Ich habe hier gerade einen Bären gehört. Naja. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ist es ja nicht so eine freie Welt. Aber, das hat eigentlich auch gewisse Vorteile. Manchmal nervt es ja immer, diese ganzen Wege immer zurücklegen zu müssen. Da gibt es zwar Schnellreise, aber hier, ja, muss man die Wege eh nicht zurücklegen. Finde ich relativ nice so mittlerweile. Und ich habe doch gerade richtig gesehen, einen Stab. Na, immerhin. Da habe ich wenigstens eine Waffe. So. Aber, das ist ja nicht das Einzige. Ja, es gibt hier noch zum Beispiel, ja, der Kampf an sich. Ich finde den auch hier, im Grunde, wie beim Mass Effect 1 schon, etwas, naja, äh... Ja, ein bisschen statisch, ja, also, ein bisschen langweilig. So könnte man es auch durchaus ausdrücken. Oh, scheiße, sorry. Ich musste mal kurz niesen. Oh, fuck. Wie ihr wünscht. So, ja, gut. Auf jeden Fall, wie beim Mass Effect, ein bisschen statische Kämpfe. Und das finde ich dann wiederum nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Weil ich mag die Zeit, dass es ein bisschen mehr Dynamik dann hat. Was man im zweiten Teil durchaus auch gemacht hat. Also, ich finde im zweiten Teil eigentlich gar nicht mal so scheiße. Also, gut, abgesehen. Die Story, eigentlich ist die Story schon in Ordnung. Ich finde sie jetzt auch nicht so kacke. Man kann sich die durchaus mal geben. Hat allerdings natürlich vom Umfang nicht das Gleiche zu bieten wie Teil 1. Aber ansonsten finde ich das Spiel nicht auch ziemlich geil. Das hört sich irgendwie an wie ein Dinosaurier aus Jurassic Park. Ach, dann brauchen wir einfach auch so. Ist ja so. Blank-Schwein, wie ist das? Ach, man, wenn wir noch mal immer zu wechseln hier. Bäm und dann in die Luft. Ach so, stimmt. Mir fällt ja gerade mal ein, die sind ja alle noch ein bisschen verletzt, die kleinen Spatten. Dann nimmst du mal eine verletzten Ausrüstung. Du auch. Du auch. Ich weiß nicht, ob ich genug habe, aber naja. Nimm mal einfach alle eine verletzten Ausrüstung. Das wird schon was. Na doch, hat gereicht. Achso, stimmt. Erstmal nur auf Magie der Resten. Den kann man später vielleicht mal machen. Aber momentan brauche ich ihn eher weniger. Jetzt nehme ich das noch. So. Ja, gehe ich mir hier einfach weiter und schaue mir die... Oh, so. Ich habe die Blume bekommen. Oh, oh nö. Oh, komm, komm. Gut, fangen wir an. Oh, du brauchst nicht extra abkommen. Zack. Achso, ich komme mit euch. Ich habe hier eine Brutze. Brutze, aber ich bin eine Sauer. Dann mal den hier, dann den hier. Dann mal den mal hinten. Na, komm, durch. So, erstmal was hat er... Ja, ich nehme eh alles mit, also... Boah, ich kann ihn gar nicht gucken, was die haben. Später, wenn man so ein bisschen Platzmann hat... Ja, dann kann man mal anfangen, aber jetzt wird... Scheiß drauf. Alles. Wie ihr wünscht. Ja, wie ihr wünscht. Nehmen wir mit. Oh, die Map ist auch bald aufgedeckt. Sehr schön. Ich bin nämlich auch so ein kleiner Map-Aufdecker. Die Map muss immer aufgedeckt sein. Aber wenn die wahrscheinlich von hier... Ja. Das hat erledigt. Das hat erledigt. Ich bin nicht so ein kleiner Map-Aufdecker. Ich bin nicht so ein kleiner Map-Aufdecker. Dann bin ich so ein kleiner Map-Aufdecker. Moment. Hallo? Ich hab mich völlig abgelenkt, Jungs. Ist das alles... mein Blut? Ach, da ist noch einer. Ach, ihr seid da auch ein paar Spastis, ey. Warum kämpft ihr denn nicht gegen den? Die mögen ihn. Sehr schön. Das war gut doch. Ach, die hatten nur so ein kleines Lager. Ich verstehe. Gut, fangen wir an. Verstehe. Die Schatulle nehmen und zu Jetta bringen. Na komm. Interessiert mich da nicht der Scheiß. Und weiter geht's im Text. Was haben wir denn hier in der Truhe? Interessante Sachen. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, weil ich muss mal auf Toilette. Bis gleich. So, da ist Summer wieder. Und dann geht's direkt weiter. Äh, aber wohin? Ach so, ja, können wir nochmal hier... Gehen wir nochmal ein Stückchen rum, damit wir den Rest der Karte aufdecken. Sind ich hier richtig? Ja. Wo geht's dann? Da oben ist noch ein Stückchen frei. Das könnte man natürlich auch sich nochmal reinziehen. Hier kann ich ein Stück... Ja, super. Gut, dass ich hier hochgegangen bin. Oh, hier geht's noch weiter. Oh, hier ist zu Ende. Ja, wie gesagt. Gut, dass ich hier hochgegangen bin. Denn sonst hätte ich das verpasst. Und das hätte ich mir natürlich mein Leben lang nicht verzeihen können. Also... Super. Ja. Jetzt gibt's nur noch unten. Ich finde es ein bisschen schade. Ich kann die Mäppchen nicht ziehen. Aber ich kann rauszoomen. Ja, das ist ja immerhin etwas. Okay, hier oben ist noch ein Stückchen. Was man machen kann. Was ist das hier eigentlich? Ach so, nix. Ja, und dann geht's eigentlich nach unten wieder. Aber erst so ein Stück da oben checken, was da abgeht. Und ich hoffe, ich müsste eigentlich... Jawoll. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist ja... Famos... Ist das. Na, denn mal kicken, was hier so passiert, ne? Oh Mensch, ne Elfenwurzel. Ja, super. Das war ein spannendes Abenteuer, diese Elfenwurzel hier nochmal zu erleben. Da bin ich natürlich gerne extra da hingegangen. Aber gut. Machste nix. Ist ja im Grunde auch nicht so schlimm. Kann man ja für, keine Ahnung, Heilkräuter, glaube ich, benutzen. Hm... Keine Ahnung. Ich kaufe mir eigentlich immer Wundteiltränke oder sammle die und so weiter und so fort. Oder hab irgendeinen Heilerin später mal drin und vielleicht... Das ist dann immer schon etwas besser, weil... Ja... Bietet sich halt einfach auch an, ne? Wenn man die eh schon findet, na ja... Da bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg. Tatsächlich. Na, das finde ich ja gut. Da freue ich mich ja quasi. Schon fast. Aber wir gehen erstmal weiter die Meile entlang. Ja, die Bobbys hier, die haben wir schon alle weggeschnetzelt. Ja. Ist sogar noch der richtige Weg. Ich bin entzückt. Aber hier ist hier noch irgendwo... Was ist vielleicht da hinten noch etwas? Man kann hier so lang gehen am Schilfen. Nur hier gibt es nichts. Das ist natürlich blöd. Jut. Die kleinen Spacken habe ich ja ausgenommen. Werde ich mal speichern hier, falls jetzt noch was passiert. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen gelaufen. Aber ich habe keine Lust, das alles noch mal zu machen. Muss ja dann auch... Ich glaube, das heißt einfach nur... Aufgepasst, da kommen die Gegner. Irgendwie so wird das sein, weil... Na komm, hau dir in die Fresse. Und hier, zack die Wurne weg. Nimm dir alles, was man hat. Ich finde schade, ich kann hier keinen... Ich würde hier gerne... Einen Knopf haben. Irgendeine Taste, keine Ahnung. Bei vielen Spielen ist es ja immer R oder so, dass man alles direkt nehmen kann, weil... Aber na gut. Ist ja auch nicht so dramatisch, ja. Dass man... Aber das ist halt eine Bewegung, die ist ja unnötig und... Ja... Kostet immer ein, zwei Sekunden Zeit. Das macht sich natürlich in so einem Let's Play schon... Äh... Äh... Dann auch bemerkbar. Ne? Ja... Nicht... Naja, nicht wirklich. Okay, jetzt kann ich da lang, da lang, dort lang, die... Boah... Okay... Na gut, hier geht's außen rum, da geht's innen rum. Ich werde eh beide Wege gehen, deswegen kann ich auch erst hier lang. Einfach, damit ich natürlich auch nichts verpasse. Gehe ich natürlich noch mal kurz ein Stückchen zurück. Hier gibt es ganz viele von den Blümchen. Vernichtet diese Teufel. Verstanden. Es sollte kein Problem sein. Geh doch mal... Was machst du jetzt? Warum möchtest du jetzt da so nah ran? Na ja... Dann sollen sie halt machen. Die hören ja eh nicht auf mich. Ich küsste ich. So, was kann ich denn bei dir so alles machen? Erstmal nix, weil ich keinen Mana mehr habe. Dafür schmeiß ich mich einfach mal so einen freshen Isodrain rein. Und ja, äh... Ich schneide das ja alles sehr zum Einigung, was ich hier mache. Das finde ich ja sehr schön. So... Was haben wir hier? Pfeile. Na zwar ich habe kein Bogen. Und ich bin eigentlich auch nicht so der Bogenschütze. Schwindelig. Schwindelig? Das sollte kein Problem sein. Ja, wobei ich mal überlegen sollte, vielleicht auch ein bisschen was da zu investieren, weil... Oh scheiße, da komme ich ja gar nicht mehr zurück. Ich bin aber zurück. Na mal gucken, wie man hier so skillt. Na gut, wenn man das, was ich mache, Skill... Skillen nennen kann, das ist mal die andere Sache. Ne, da komme ich ja drüber nach zurück. Da habe ich ja gar nicht hin. Ich mache das halt einfach so, wie ich Bock habe mit den, mit den, äh... Punkten. Ja. Aber das reicht ja im Grunde auch. Und ein Magier, der schießt ja eigentlich sehr selten mit nem Bogen, deswegen... Auch das nicht so dramatisch. Wird erledigt. Ah, mal gucken. Vielleicht... Ha, bastelt man da einfach noch irgendeinen Scheiß drauf? Keine Ahnung. Ah. So, da sind wir schon bei den Kistchen. Gibt es hier sonst noch irgendetwas? Nein. Na gut, die Kisten sind irgendwie auch nicht mehr das, was wir mal waren, aber macht nix. Wir gucken trotzdem mal nach. So, so. Ah. Was haben wir denn hier? Hallöchen! Seid ihr vielleicht ein Geier? Ein Aasfresser, der an einer Leiche herumpickt, obwohl die Knochen schon längst blank sind? Für dich bin ich, was du willst. Oder nur ein Eindringling, auf der Suche nach leichter Beute, hier in meiner Wildnis, voller dunkler Brut. Guckt er nicht so böse. Nun, was seid ihr? Plünderer oder Eindringling? Ähm, ja, weder noch. Den grauen Wächtern gehörte einst dieser Turm. Kann ich schon was sagen? Eindringling gehört die Wildnis etwa euch. Zuerst möchte ich wissen, wer ihr seid. Wohin seid ihr gekommen? Bleibt zurück. Nein. Ein grauer Wächterturm hier und dies, das. Es ist kein Turm mehr. Die Wildnis beansprucht seine verrottete Leiche nun für sich. Aha. Ich beobachte euer Vorankommen seit einer Weile. Wohin gehen sie, fragte ich mich. Weshalb sind sie hier? Und jetzt stört ihr Überreste, die lange unangetastet waren. Weshalb? Antwortet ihr nicht, sie sieht aus wie eine Chase sind und das heißt, in der Nähe sind wohl noch mehr. Fürchtet ihr einen Überfall der Barbaren? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Sie ist eine Hexe der Wildnis. Sie verwandelt uns in Kröten. Ja, mit Sicherheit. Sagen und Legenden, Lügen und Einbildung. Könnt ihr nicht selber denken? Und wie es bei den anderen aussieht? Keine Ahnung. Elfen sind doch keine furchtsamen kleinen Jungen. Sagt mir eure Namen, dann tue ich das Nämliche. Dann tue ich das Nämliche. Äh... Ich bin Cassio, er freut euch kennenzulernen. Ja, ich bin erfreut. Ein wahrhaft wohlgesitteter Gruß. Und das mitten in der Wildnis. Ihr könnt mich Morrigan nennen. Soll ich raten, weshalb ihr hier seid? Ihr suchtet etwas in jener Truhe. Aber es ist nicht mehr hier. Sehr gut. Nicht mehr hier? Ihr habt sie gestohlen. Durchtriebene Hexe. Böse Diebin. Welch Wort Gewalt. Wie besteht man eigentlich Todes? Welch Wort Gewalt? Ohne Probleme, möchte ich meinen. Ach nee. Diese Dokumente gehören den Grauen Wächtern und ihr solltet sie zurückgeben. Das werde ich nicht, denn ich habe sie nicht genommen. Und die Erwähnung eines Namens, die hier keine Bedeutung hat, schreckt mich auch nicht. Ja, wer hat sie dann genommen? Sagt es umgehend. Oder es wird Konsequenzen geben. Nein, wer hat sie denn genommen? Man kann ja mal nett fragen, dann wird sie einem schon erzählen, was man wissen will. Es war meine Mutter. Siehste? Ähm. Könnt ihr uns zu ihr bringen, bitte? Eine vernünftige Frage. Ihr gefällt mir. Ja, sicher. Ich bin auch ein geiler Typ. Ich bin auch ein geiler Typ. Erst heißt's, ihr gefällt mir. Aber dann... Zack. Frosch. Zack. Frosch. Frosch nur ab. Wenn es dort wärmer ist als in diesem Wald, wäre das durchaus angenehm. So folgt mir denn, wenn ihr möchtet. Dann tun wir das. Ich möchte zwar nicht unbedingt, aber... Naja. Man muss ja, wa? Man muss ja. Grüße, Mutter. Ich bringe dir vier graue Wächter, die... Ich sehe sie, Mädchen. Hm. Ganz wie erwartet. Sollen wir etwa glauben, dass ihr uns erwartet habt? Ihr sollt überhaupt nichts. Glauben schon gar nicht. Wer seine Augen verschließt oder die Arme weit öffnet, kann nur ein Narr sein. Sie ist eine Hexe, ich weiß es. Wir sollten gar nicht mit ihr reden. Still, David. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wollt ihr sie doch nicht erzürmen. Ihr seid ein schlauer Knabe. Traurigerweise habe ich im großen Zusammenspiel der Welt nichts zu entscheiden. Glaubt, was ihr wollt. Und was ist mit euch? Vertritt euer Elfenverstand eine andere Ansicht? Was glaubt ihr? Ich bin kein Narr, wenn ihr das meint. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich habe euch für verrückt und potenziell gefährlich. Achso, ich halte. Na, ich bin ja kein Narr, ne? Wenn ihr so vehement protestiert, muss ich wohl gar nicht fragen. Vieles an euch ist unklar. Und dennoch glaube ich. Wirklich? Ja, sieht ganz so aus. Das ist also eine der gefürchteten Hexen der Wildnis? Hexen der Wildnis, hm? Das muss Morrigan euch erzählt haben. Sie liebt solche Geschichten, auch wenn sie es nicht zugibt. Oh, wie sie im Mondschein tanzt. Sie sind nicht wegen deiner wilden Geschichten hier, Mutter. Richtig, sondern wegen ihrer Verträge, stimmt's? Und bevor ihr schimpft, euer Siegel war schon kaputt. Ich habe sie gehütet. Das kann jeder sagen. Ihr... Oh! Ihr habt sie gehütet? Warum denn nicht? Bringt sie euren grauen Wächtern und sagt ihnen, dass diese Verderbnis größer ist, als sie glauben. Jawoll! Danke, dass ihr sie zurückgebt. Was soll das heißen? Die Bedrohung ist größer, als sie glauben. Woher wisst ihr das alles? Sie werden sicher sofort auf euren Rat hören. Na, das glaube ich ja nicht. Aber warum? Wieso? Weshalb? Was ist hier los? Dass die Bedrohung größer ist, oder sie zu wenig erkennen. Oder dass es keine Bedrohung gibt. Oder dass sie nichts erkennen. Ah, ja. Oh, beachtet mich gar nicht. Ihr habt, was ihr wolltet. Also dann, Zeit zu gehen. Sei nicht albern, Mädchen. Das sind deine Gäste. Oh, also gut. Ich führe euch aus dem Wald heraus. Folgt mir. Mensch, was für ein Tatendrang. Und Leidenschaft und... Äh... Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Ist, äh, schön. Wenn man so enthusiastisch ist quasi. So, jetzt war ich da drinnen. Jetzt werde ich mal mit den Spacken genommen müssen reden. Du bist das also, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben? Äh, pff. Ich gehe mal davon aus. Aber woher kommst du denn? Ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Etwa einen Tagesmarsch gen Osten. Es ist so ein kleiner Fleck, den würdest du nicht mal auf der Landkarte finden. Ich war seit Jahren nicht mehr da. Ich habe mich auf den Weg in die Stadt gemacht, sobald ich meinem Paar davonlaufen konnte. Ich war in Denerim. Ungefähr... Sechs Jahre oder so. Ich habe es nie besonders gemocht. Aber es gibt dort mehr Geldbörsen als irgendwo sonst. Also bist du ein Taschengieb. Dafür bist du ein ziemlich schlechter, weil du kannst keine Truhen öffnen, du... Und ein Gauner. Vielen Dank. Oder vielmehr, ich war es. Wer hätte je gedacht, dass ich als grauer Wächter enden würde? Tja, ich nicht, aber wie haben sie dich gefunden, mein Freund? Ich habe sie gefunden. Ich habe Duncan die Börse abgeschnitten, als er in einer Menschenmenge stand. Er griff nach meinem Handgelenk, aber ich habe mich rausgewunden und konnte tören. Der alte Knochen kann ganz schön rennen, sage ich dir, aber die Stadtwache hat mich vor ihm erwischt. Ich wurde in Denerim gesucht, weißt du? Also wollten sie mich an Ort und Stelle aufknüpfen. Was ist passiert? Duncan hat sie aufgehalten. Er hat sich auf das Konskriptionsrecht berufen. Ich habe der Stadtwache ins Gesicht gelacht, als ich mit ihm aufgebrochen bin. Ich habe keine Ahnung, was Duncan mit jemandem wie mir will. Aber er sagt, Geschicklichkeit sei wichtig. Und dass ich schnell mit der Klinge bin. Und darauf kannst du deinen Kopf verwetten. Außerdem macht es mehr her, als aufgeknöpft zu werden. Ja, das... ...stimmt wohl. Für so einen alten Knochen ist er ganz in Ordnung. Und er ist schneller, als er aussieht. Wir haben alles, also lass uns zurückgehen. Ich bin hungrig. Ja, das Konskriptionsrecht, wenn ich mich nicht irre, erlaubt es hier... ...den grauen Wächtern alle zu rekrutieren, die sie wollen. Und dann können andere sich da auch, glaube ich, gar nicht gegen wehren. Das heißt, wenn irgendeiner gerade auf frischer Tat beim Mord erwischt wurde... ...und dann kommt einer von den Frauenwächtern, sagt hier... ...Konskriptionsrecht, blablabla. Ja, dann war's das. Hey, ich folge dir, oder etwa nicht? Dann haben die irgendwie keine Handhaben mehr... Seid gegrüßt. Es ist schön, dass wir endlich die Gelegenheit bekommen, uns zu unterhalten. Ja. Woher kommt ihr? Jari? Ich stamme aus Redcliff, aber rekrutiert hat mich Duncan in High Ever... ...einer Stadt an der Nordküste. Seid ihr schon einmal dort gewesen? Nope. Ich gehörte zu Arl Eamons Gefolge, als er dem Begräbnis von König Marek beibohnte. In High Ever habe ich meine Helena kennengelernt. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Sie hat die schönsten Augen von allen, meine Helena. Jahrelang habe ich immer wieder nach Gründen gesucht, um nach High Ever zurückzukehren. Letztes Jahr haben wir geheiratet. Arl Eamon gab mir die Erlaubnis, in High Ever zu dienen. Aber ich versuchte, Helena davon zu überzeugen, mit mir nach Redcliff zu kommen. Zumindest bis ich rekrutiert wurde. Nicht, dass das neuen Stress, neuen Krieg hier gibt, ne? Wegen Helena und so. Natürlich nicht. Ich werde zu ihr zurückkehren, sobald meine Pflicht getan und die Verderbnis besiegt ist. Und wie haben sie euch gefunden? Letzten Monat hat Duncan High Ever besucht und der Bun hat ihm zu Ehren ein Turnier ausgerichtet. Und ich habe das große Nahkampfturnier gewonnen. Es war schwer, meine Frau zurückzulassen. Wir haben erst vor einem Jahr geheiratet und sie ist gerade schwanger. Aber Ferelden braucht mein Schwert und ich werde nicht weichen. Sehr ehrenvoll. Was hältst du denn von danken? Seine Aufgabe scheint nahezu unmöglich, wenn man bedenkt, dass er nur eine Handvoll grauer Wächter hat. Und dennoch beklagt er sich nicht oder versucht seiner Pflicht zu entgehen. So, und was sollen wir tun? Wir sollten zu danken zurückgehen. Wenn wir Glück haben, haben wir den Beitritt schon hinter uns gebracht und die Prüfung bestanden. Ja. Wenn wir Glück haben und dann nicht, dann nicht.